Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich freue mich sehr, dass wir heute hoffentlich abschließen und ich bin mir sicher abschließend über dieses Thema hier im Plenum des Deutschen Bundestages diskutieren werden. Ich setze auf die Vernunft aller Anwesenden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es gibt ja kaum ein Thema, über das so intensiv und so leidenschaftlich diskutiert wurde, nicht nur über Wochen, über Monate, sondern sogar über Jahre. Und es für und wieder wirklich sehr abgewägt wurde auf allen Seiten, nicht nur innerhalb der verschiedenen Parteien, sondern auch eben in unserer Partei oder in unseren Parteien beispielsweise auch sehr stark. Aber ich freue mich trotzdem, dass am vergangenen Sonntag nochmals der Weg freigemacht wurde für die Wahlfreiheit in unserem Land. Frau Roth, ich weiß nicht, was Sie gegen Wahlfreiheit haben. Und deswegen erkläre ich Ihnen noch mal, wie wir uns das vorstellen, weil wir haben unseren ohnehin guten Gesetzentwurf noch mal besser gemacht. Wir haben zum Beispiel klargestellt jetzt in dem parlamentarischen Verfahren, dass der Besuch von Eltern-Kind-Gruppen, von PK-Gruppen und so weiter nicht zum Ausschluss des Betreuungsgeldes führt. Wir haben unsere Härtefallklausel noch etwas verbessert. Wenn zum Beispiel bei Krankheit, bei Tod, bei Schwerbehinderung es nicht möglich ist, die Kinder selbst zu betreuen, führen auch 20 Wochenstunden nicht zum Ausschluss des Betreuungsgeldes. Wir werden heute ebenfalls noch über ein Ergänzungsgesetz sprechen, sprich über Alternativen zu einer Barauszahlung. Und das ist auf jeden Fall auch schon mal ein wichtiger Schritt, der es Ihnen eigentlich nicht nur leichter machen würde und müsste, sondern unsere Ergänzungen müssten eigentlich dazu führen, dass heute mit einer ganz breiten Mehrheit des ganzen Hauses diesem Gesetz zugestimmt wird. Wir haben das Betreuungsgeld plus 15 Euro Bonus, der auch in eine private Altersvorsorge fließen kann. Wir haben ein Bildungskonto, das eingerichtet werden wird. Und das ist auf jeden Fall, denke ich, ein Punkt, wo ich sage, da müssten Sie auf jeden Fall auch springen können. Natürlich ging, natürlich ging, nicht Herr Trittin, Frau Roth, nicht diejenigen, die am lautesten schreien werden, am Ende Recht behalten. Weil es nämlich ganz spannend ist, wenn man sieht, warum ist es eigentlich so wahnsinnig emotional. Warum wird Familienpolitik so emotional diskutiert? Weil leider Gottes, das habe ich auch gerade eben wieder im Vorgespräch mit meiner Kollegin Deligös festgestellt, dass es oft immer so gesehen wird, als ob man immer nur aufgrund des eigenen Modells zu diskutieren hat. Das finde ich nicht redlich. Wir müssen doch diejenigen sein, die für die gesamte Bevölkerung sprechen hier von diesem Standpunkt aus. Für die Gesamtbevölkerung und nicht nur für diejenigen hier, die wie wir hier auch berufstätig sind, sondern für diejenigen, die vielleicht sagen, ich möchte mal einen Teil meiner Erwerbsbiografie zugunsten meiner Kinder unterbrechen. Dass sie alle ein anderes Lebensmodell haben, ist doch unbenommen. Aber sagen Sie doch nicht immer, dass es auch nur dann Müttern schadet. Warum wird eigentlich gerade von Ihrer Seite so wenig auch über Väter gesprochen in diesem Lande? Also mir ist es auch wichtig, dass Väter auch einen ganz, ganz wichtigen Anteil an dieser Diskussion haben und auch Verantwortung übernehmen. Und man sieht ja ganz deutlich, dass der Streit über das Betreuungsgeld weit über die Frage hinaus ging und auch weit über die Frage hinaus geht, ob der Staat neben dem Geld für den Ausbau und den Betrieb von Krippenplätzen und Plätzen von Tagespflegepersonen, ob er da noch mehr tut an dieser Stelle. Ob er auch Geld für diejenigen, die es zur Verfügung stellt, die eine andere Betreuungsmöglichkeit wählen, die ihre Kinder selbst betreuen oder aber privat organisieren. Und eben an der Stelle auch nicht nur an die Mütter und Väter, auch an die Großeltern in dem Land, die hier Wertvolles leisten. Ein herzliches Dankeschön. Warum haben wir denn auch in der letzten Regierung mehr Generationenhäuser eingeführt? Doch nicht, weil mehrere Generationen schlecht für Kinder oder auch für Ältere wären. Ganz im Gegenteil, weil eben alle Generationen davon profitieren. Und wenn es nicht vorrangig um Geld geht, worum geht es denn dann? Worum geht es Ihnen denn dann? Geht es wirklich nur darum, dass Sie wieder die Lufthoheit über die Kinderbetten erreichen wollen? Geht es Ihnen, ja, ich weiß, dass die Wahrheit wehtut. Geht es Ihnen darum, dass erbittert über verschiedene Familienmodelle gestritten wird? Und was ich erschreckend finde, ist, dass es Ihnen auch darum geht, sich als Staat so wahnsinnig in die einzelnen Familien einmischen zu wollen. Ja, warum denn eigentlich? Warum vertrauen Sie den Eltern in unserem Land so wenig? Und mich stört eben massiv dieses Über-einen-Kamm-Scheren. Kinder sind unterschiedlich. Und für jemanden ist es vielleicht kein Problem, mit einem Jahr, mit eineinhalb, für einige Stunden in eine Krippe zu gehen. Aber vielleicht ist es manchmal auch für ein anderes dreijähriges Kind wesentlich schwieriger, weil Kinder unterschiedlich sind und weil es nicht die beste Betreuungsperson gibt oder nicht die beste Betreuungsmöglichkeit für die einzelnen Kinder. Auch diese Unterschiedlichkeit fehlt mir bei Ihnen, weil Sie glauben, für alle Kinder ist die institutionelle Förderung der privaten Förderung vorzusehen. Das sehen wir nicht so. Und jetzt können Sie sagen, wir haben den Verfassungsrechtler, dann sage ich Ihnen, wir haben einen anderen Verfassungsrechtler, Sie haben den Verbandsvertreter, wir haben einen anderen, Sie haben den Psychologen, wir haben den Psychologen. Also ich möchte da kein Kartenspiel machen, wo jeder seine Karten hinknallt und sagt, ich zeige dir meinen Verfassungsrechtler, zeig du mir deinen. Weil Befürworter und Gegner, glaube ich, gleichermaßen da ihre übergeordneten Experten aufgeboten haben. Aber für mich sind überwiegend andere Experten von ganz, ganz großer Maßgeblichkeit, und das sind die Eltern, die wirklich schreiben, wie dankbar sie sind, dass wir uns für sie einsetzen. Und ich darf, Herr Präsident, die FAZ vom Mittwoch zitieren. In der FAZ am Mittwoch steht, Zitat, die Mehrheit der Familien mit kleinen Kindern profitiert von der Hartnäckigkeit der CSU. Und das ist, glaube ich, ein ganz wahrer Satz, wo wir wirklich stolz darauf sein können, dass wir uns an dieser Stelle nicht haben beirren lassen. Und ich finde es ja positiv, dass so leidenschaftlich diskutiert wird. Ich finde es auch so positiv, dass Herr Steinbrück heute sagt, mir ist das Thema so wichtig, da gehe ich in die Bütt als Familienpolitiker der SPD, ganz hervorragend, dass Sie sich auch dieser intensiven Diskussion anschließen. Ich freue mich auch, Ihnen mal bei einer Rede zuhören zu dürfen. Und es ist ein ganz, ganz großer Erfolg, den wir hier haben und den wir heute hoffentlich feiern können. Jetzt möchte ich aber, damit Sie das auch klar wissen, weil ich auch nicht möchte, dass diese verschiedenen Modelle gegeneinander ausgespielt werden, wir sind, die wir fürs Betreuungsgeld sind, selbstverständlich auch für den Ausbau der Krippen in diesem Lande. Ja, selbstverständlich. Und da muss es nicht nur, da muss es nicht nur ein kleines Ohr geben, weil wir das auch waren, die als Bund gesagt haben, in unserer Regierung, wir sagen nämlich, dass es uns so wichtig ist, dass wir uns einmischen bei den Ländern und den Kommunen. Wir stellen Geld zur Verfügung, weil wir Ihnen sagen, obwohl wir nicht zuständig sind. Ja, das fällt ja, Herr Schäuble, einem Finanzminister auch nicht so einfach zu sagen. Ich gebe jetzt mal Ländern und Kommunen das Geld, weil uns diese Betreuung wichtig ist. Also sind wir selbstverständlich dafür. Wir haben den Rechtsanspruch eingeführt, den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Und es ist doch ein ganz wunderbares Gesamtpaket, wenn ich auf der einen Seite sage, ich baue Krippen, ich baue die auch aus, ich gebe den Ländern auch ständig mehr Geld. Das sind ja keine Peanuts. Wir reden ja über knapp 5 Milliarden, die wir da den Ländern zur Verfügung stellen. Und wir tun natürlich auch was für die laufenden Kosten. Und wir tun was für den Rechtsanspruch. Und da bin ich auch unserer Familienministerin dankbar, dass sie immer wieder gesagt hat, am Rechtsanspruch wird nicht gerüttelt. Nein, das wird es natürlich nicht. Und diejenigen, und ich weiß schon, und ich weiß schon, ich weiß schon, Herr Trittin, warum Sie hysterisch lachen, weil natürlich diejenigen, die gegen einen Rechtsanspruch sind, die Ersten, die geschrien waren, war Ihr Kollege Herr Palmer und von der SPD, der Herr Ude, weil die als Kommunalpolitiker eben nicht das so wichtig sehen, beziehungsweise sagen, das können wir den Kommunen nicht antun. Es ist kein Geheimnis, auch für einen Herrn Ude in Bayern, es ist kein Geheimnis, dass nach dem 31.07.2013 der 1. August 2013 kommt. Also muss er auch wissen, dass er bis dahin für München auch seine Hausaufgaben zu machen hat, wie es im Rest Bayern übrigens gut funktioniert. Und es ist doch auch spannend, wenn man sich jetzt auch wieder die neueste DJI-Studie anschaut, dass der geringsten Fehlbedarf an den Betreuungsplätzen in Bayern da ist. Wir werden sogar bis zum 1. August 40 Prozent geschaffen haben. Nordrhein-Westfalen steht ganz, ganz schlecht da, auch spannend. Aber noch spannender ist ja, wenn Sie ja dauernd immer, bis jetzt, bis heute, wenn Sie immer so wie eine Monstranz vor sich her tragen, Ihre Familienpolitikerin aus Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern steht von allen ostdeutschen Bundesländern am schlechtesten da. Also auch da müssen Sie sich mal an die eigene Nase fassen, dass die Ministerin vor Ort das nicht auf den Weg bekommt. Also wir müssen jetzt nicht mit tausend mehr Zahlen um uns schmeißen. Die Argumente wurden jetzt sieben Jahre gegenseitig ausgetauscht. Aber ich möchte Ihnen trotzdem noch sagen, warum für mich das heute ein wichtiges Anliegen ist. Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem wir als Politiker, die Arbeitgeberverbände, die Wissenschaftler oder auch Verfassungsrechtler alleinig darüber entscheiden dürfen, was gut ist für die Kinder in unserem Land. Und ich will auch nicht Ich will auch nicht in einem Land leben, in dem Eltern Angst haben, Kinder in die Welt zu setzen, weil sie sagen, man traut uns nichts zu und es müssen Elternführerscheine gemacht werden und der Staat möchte die Erziehung übernehmen. Ich will, dass wir Eltern Mut machen und ich will, dass sich Eltern nicht dafür rechtfertigen müssen, welches das richtige und welches das falsche Modell ist. Das richtige Modell ist immer das, wenn sich im Idealfall Vater und Mutter einig sind, dann ist es auch das Beste für diese Kinder. Also stimmen Sie heute bitte pro Mündigkeit und pro Wahlfreiheit, pro Betreuungsgeld. Vielen Dank. Vielen Dank.